Bitte beachten Sie die FSK-Freigabe und den Rechtehinweis am Ende des Programms. Halt endlich die Fresse da hinten. Sonst stecke ich dir dein Telefon in den Arsch, du blöde Schlampe. Apropos Arsch. Oh mein Gott, was ist das da vorne? So einen geilen Fickarsch hab ich ja noch nie gesehen. Wie viel der wohl kostet? Ich glaube, ich hätte keine Chance bei ihr. Hartz 4 wurde doch nur um 10 Euro erhöht. Und ich besitze weder Gehirn noch iPhone. Ich denke, man braucht beides für ihren Arsch. Und wieso versteckt sich diese alte Grauschlampe da rechts vorne vor meiner Kamera? Eh du Mist, Sau, halt doch mal deinen fetten Po vor die Linse. Weg, du Overfolk. Sonst gastriere ich dir die Eier, 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 Eier. Weg, 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 du Overfolk. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.